Hallo und herzlich willkommen. So, ich habe mir jetzt gerade mal das Video von SunBay angeschaut, wie er den Sprung gemacht hat. Ich probiere den so zu nachzubauen. Ich hasse einfach nur Sprünge. Er hatte hier irgendwie Bier prassen und hier nur 3. Ich weiß leider nicht mehr genau wie das war, aber ich glaube so ungefähr hat er das gebaut. Hat er noch Draht benutzt. Das heißt Drahtkabel. Und Rest alles mit Holz. Ich glaube er hat es anders gebaut gehört. Also so ungefähr war das gewesen bei SunBay. Uff! Kau, hallo, hallo! stylu. ok so wie ich jetzt im bau war es nicht bei sommer ok so ok so ok so ok so ok der ist durch dank sommeres helfe so dann jetzt nächste aber auch was mit sprung habe ich mir jetzt nicht angeschaut gehabt aber ich habe das mal schon mal gesehen habe bei sommer aber ich habe mir das jetzt nicht nochmal angeschaut gut gut so 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 ach hier gab es keinen stalldruck so so ich habe zweimal die hilfe von sommer gebraucht um das zu schaffen so ich hoffe jetzt den rest schaffe ich auch alleine so 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 ein bisschen über budget gleich kommt noch die traur habt ihr das gesehen das durch den berg gefahren so viel budget und fährt er durch Oh. Okidoki. Wollen wir 100 nehmen? Geht er in eine andere Richtung. Bei 150 zieht er noch mehr glaube ich an. Ach ne, so war das. 100, noch mehr in der Richtung. Warte mal, 150. 60. Verstehen! Ah, schon mal fest. Ok, 60. 50. Ja. War perfekt. Ok. Jetzt das nächste. Oh. Makeaways. Strasen bauen. Über. Hab ich denn alles? Getraulik hab ich. Ok, chill. Da brauch ich keine Getraulik. Das geht mit einer Straße. Ok. Ok. Dann machen wir mal hier Holz. Ok. Freiträgen. Hab ich denn? Unbegrenzt. Ach, ich hab 100. Oh. Oh. Ja, richtig viel von. So. 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 Ok. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, Mensch! Hier kann man ja mal richtig... Oh, da kommen die Schiffe gegen, da kommen die Schiffe gegen... Nee, doch nicht... War rot? Egal, geschafft! Okay, jetzt kommt ein Low... Oh, doppelte Sorge... Okay... Da kommen keine Straßen... Kein Stahl, wo Holz... Okay... So... So... Also ein Bus... Braucht immer... Zwei... Holz-Dreiecke übereinander... Dann denke ich, man braucht da... Doppeldecker... Und... Drei... Das machen wir aber auch ganz schnell hier so fertig... Ich denke mal, dass es so schnell geht... Drei... Ich denke mal, ich werde... Drei... 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 Das gibt es doch nicht hier. 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 Dann hoffe ich mal, dass das hier irgendwie so ein bisschen reicht. Das ist doch nicht da kracht. Das ist doch nicht hier. Jetzt ist er da drüber. Jetzt sind er drüber. Ich mach mal hier Krüter aus. Oh, wie besser. Das ist doch nicht hier. Und da Geld sparen. Ja, ja. So, so. 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 Das wäre auch cool. Das würde man von Anfang an ein bisschen sparsamer bauen. Weil man ja das Geld vielleicht anders nochmal gebrauchen könnte. Und hier kann man ja das Geld aus smartphones agieren. Und hier kann man ja das Geld aus. Und hier kann man von Anfang an gewissemärkte. Ich das nicht mit in den Geld, wüsst ihr nicht. Den runter, den runter, den runter, den runter. Ah nein. Okay. Ich hab keinen Bock, der schafft das nicht. Ich bin schon alt. Habe ich denn noch was anderes außer Hauses? Nee. Wie ist das hier? Ich würde das jeden aufhören. Ich würde das Ihnen nennen. Das gibt es doch nicht. Dann bricht er mir an. Musik Ich glaube, ich mache hier nochmal einen Kanten. Ich schaue nochmal bei Zombie, was der da gemacht hat. Und ich sage, dann bis zum nächsten Mal.